Jo Leute, was geht ihr da mit herzlich? Willkommen zurück zu einem neuen Video mit mir, dem Siebord, euer Gamerbrother und heute wird's brüchig. Heute wird's traurig und unangenehm, denn, ja, ihr vermisst Hellspin Discard und ich nicht, bin ich ehrlich zu euch. Ihr seht hier meine teuersten Hellspin Discard Discards aus diesem Jahr. Ich hab an die 80 Millionen Münzen in diesem FIFA-Teil discarded, nur wegen diesem Scheiß-Format. Und ich krieg immer wieder Fragen, Broski, warum kaufst du nicht den Spieler? Warum kaufst du nicht den Spieler? Ja, mir fehlen 80 Millionen Münzen, danke dafür. Lasst ein Like da, wenn ihr euch schon auf das Format nächstes Jahr wieder freut. Ich freu mich so eher semi drauf, aber gönnt's euch und ja, hier, viel Spaß damit. Mit MS bist du, wenn du die falsche Formation hast, wir hatten eigentlich eine sehr gute Formation. Könnt ihr euch das Hand auf der Schnecke machen? Ich bin zum ersten Mal im Rad. Ja, dreh. Und dreh bloß halt auf den Switch. Rad hat viel Schwung. Bitte dreh nicht auf den Switch. Rad hat sehr viel Schwung. Bei unserem Glück ist es der Switch. Alter, wie lange dreht das? Nein. Timo, du bist doch da, mein Freund. Sergio Ramos. Herr Gamer, Bruder. Ja, was hat denn da für eine Preisrange? Junge, bis 900.000. Ach, das ist ein Trümmerbruch im Herne. Alter. Bis 900.000. Timo repariert noch was Rad. Sehr gut, Timo. Warten ziehen wir da. Ja, ich bin drauf. Komm, Timo, wach du was. Oder darf ich da auswählen? Du, ist deine Freunde. Ich hätte gerne die Zwei Broski. Zwei. Das ist einer der teureren. Der Bruder, was kostet der eigentlich, Ramos? 362. Ich bezahle 450. Oh, gut. Ein halbes Millionchen. Ein halbes Millionchen. Ein bisschen Rache mal hier neben. Ja, da gehe ich mal dran. Es steht hier auch direkt hier vorne. Ich mache meistens immer hier noch die ganzen Nippels fest. Die haben sich ein bisschen abgedreht. Und... Was ist denn hier? Ich denke, es ist ein Müh am Switch vorbei. Aber ich sage es dir, wie es ist. Weil du Geburtstag hast, ist das Rad zu dir gnädig und steht auf einem Leber. Okay. Es ist, glaube ich, der Einzige, der nicht ganz so teuer ist, ne? Nee. Aber er hat immerhin eine Price Range bis 900k. Das Rad war gnädig zu dir. Es geht ja wirklich. Es geht ja wirklich. Oh Gott, ich dachte, der nimmt mich komplett am Geburtstag auseinander. Mit Liebe mache ich Leber. Mit Liebe. Digga, es ist so langsam an Haarland. Switch und dann mit einem Ding auf Leber drauf. Aber okay, ich muss ja diskaten, ist in Ordnung. Ich war ein gnädig am Geburtstag. Gibt es die Award-Winner eigentlich mittlerweile hier in diesem Kartentyp-Ding? Gute Frage. Ich hoffe es. Also ich finde es hier gerade nicht. Ich würde dann einfach sagen, ich nehme den ersten, den ich sehe, oder? Ja, oder? Also... Ja, nimm den ersten, den du siehst. Ah, nee, warte. Ich weiß, was war. Oh, da kannst du filtern. Preisvergleich. Preisvergleich. Ah, ja. Da ist ein Karten-Ding reingemacht. Ja, ich bin drauf. Okay. Ist denn was Teures dabei? Wie sieht denn die Seite so aus? Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Komm, dann nimm die vier. Nimm die vier. Eins, zwei, drei. Naja, ist trotzdem okay. Aber, Alter, 300k teurer, als es sein müsste. 600. 590 kostet ja. Hey, ist okay. Ist okay. Ich sage dir ganz ehrlich, am Geburtstag, ich will dich nicht bluten sehen. Man hat nur einmal im Jahr Geburtstag, so, ich musste nicht diskarten, alles gut. Kleines Geschenk an dich, Brodski, ich war gnädig. Kannst du abstoßen. Es ist ganz lieb zu mir. Es ist ganz lieb. Kannst du abstoßen. So, Freunde. Herzlich Willkommen zu Hells mit Discard. Peter der Switch. Peter der Switch. Es wird jetzt gedreht und wir fehlen uns mega. Let's go. Peter der Switch. Und kein Benzimmer. Zeig her, was ist das? Nein! Nein! Switch, switch, switch. Warum? Es ist der Switch. Was habe ich denn getan? Es ist der Switch. Ach, Bruder. Es ist kein gutes, es ist kein gutes Zeichen. Ja! Ich gehe ans Rat. Nein, bitte lasse. Bitte lasse. Es hätte wieder so eine Folge sein. Ich muss hier fünfmal auf den Switch drehen. Oh, es ist Gabriel Ressus, mein Freund. Sehr, sehr gutes Jahr. Das ist gar kein guter Start. Das ist mir hier auch. Was hat der Wichser für der Price-Race? Er hat eine Price-Race bis 2,3 Millionen. Ach, hat deine Scheiße. Schmeckt. Halt doch deinen Schandmaul. Kann ich suchen. Geh drauf. Ich sage es dir ganz ehrlich. Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl im neuen Jahr. Treff verkackt, verloren. Und du kriegst auf den Switch. Es kam lange nicht mal vor, dass du mal Pech hattest. Das sage ich dir ehrlich. Ist mir jetzt scheißegal, was ich da treffe. Wie teuer, wie günstig. Der Mann geht bis 2,3 Millionen. Sag, wenn ich kann. Naja, auf dein Ding. Ey, ich sage dir ganz ehrlich. Für 2023 nehme ich die 3. Für die 3. Es geht klar. Ich muss sagen, ich habe echt Glück gehabt mit der Seite hier. Ich habe auf der Seite, ich glaube, der teuerste war bei 700. Du hast einen für 600 getroffen. Boah, glück mal ein Württi. Hast du auch wieder weniger aufgenommen. Aber ich habe mal weiter gescrollt. Auf Seite 2 wären halt welche für 900k eine Million. Ich habe Glück gehabt. Ich habe nicht viel übermarktiert bezahlt. Aber es tut natürlich trotzdem weh, Digga. Weißt du, du gewinnst eigentlich. Das ist das erste Hells mit Discard. Du willst mit einem guten Gefühl rein starten. Und du wirst direkt gefiirkt. Sau dumm. Sau dumm. Wir hätten ganz entspannt full Chemie haben können. Geisteskrank. Wir standen auf einer 94. So ein Rutschegange. Haben nur 123. Wir machen es kurz in den Abkack rausgehen. Ich habe eine 122. Ohne Extrapunkt. Ich habe einen Extrapunkt. Also 123. Ja, wir auch. Gehen wir ins Stechen dann sogar? Gehen wir ins Stechen. Das ist ja wild. Die besten Karten rein. 29er Chemie habe ich. Digga, wir hätten ganz, wenn wir einfach stur Premier League durchgebaut hätten. Ja, das wäre... Rating ist gut eigentlich bei mir. Jetzt habe ich sogar wieder ein bisschen Hoffnung. Ja, das haben wir auch gut. Das geht jetzt sogar wieder. Ich glaube, da geht gleich ein Goretzka bei mir rein. Oder ein Waran. Gut, wir haben umgestellt. Ja, ich auch. Welche Formation hast du? 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ähm, ich hätte gerne... Wen weiße, Zimbo. Wen weiße. Dein Stürmer. Den wem? Den SC. Ich hätte gerne euren Torwart. Okay, haben wir gewonnen. Leg ich mich weit aus dem Fenster, haben wir gewonnen. Wir haben eine 94. Ich habe eine 91. Wir! Wen weiße hast du gesagt? Das war weiße. 91 war bei uns der Schlechteste. Oh, bei mir auch. Gut, ich gehe ins Rad, ne? Ich steig, Zimbo. Ich gehe ins Rad. Oh, ich hatte da 97, 95, 94 drin. Ich habe noch die Kuh gut vom Eis geholt. Ich muss mal nochmal das Rad holen. Oh, Karkowski. Es ist David Nunez. Nunez. Ist das günstigste? Aber ich weiß ja nicht, wo geht er hin? Oh, 1,4 Millionen. Okay, das geht, glaube ich, noch. Aber ich muss erst mal das Ding hier noch schaffen. Ich muss es erst mal schaffen, dass ich jetzt hier nicht auf die 1,4 Millionen rutsche. Aber wir haben das verloren. Das ist erst mal wichtig. Obwohl wir eigentlich so viele Fehlentscheidungen getroffen haben. Kann ich. Nimm mal die 8. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. 2, 4, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 610 K. Die 7 waren 1,4 Millionen. Nein. Oh, der Bruch geht nach Grünstadt. Der Bruch geht nach Grünstadt. Nein, da geht gar kein Bruch nach Grünstadt. Gewonnen ist gewonnen, Digga. Auch so nettes Karten. Was ist los bei dir? Leg kein Auge. Ich will euch einen Bruch unterjubeln. Lass mich doch einen Bruch unterjubeln. Nein. Ich spiel nicht die Reverse-Karte. Ich spiel sie nicht. Nein, ich bin gar nicht getroffen. Ich will stechen gewonnen. Was willst du? Bei Stechen gewinnen, ey, keine Coins verloren. Ich, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber ich habe 1,4 Millionen vor mir gesehen. Von daher nehme ich das mit. Das ist okay. Das ist okay. Komm, machen wir einen Terrier. Einen Terrier. Ich weiß auch nicht, was aktuell los ist. Aber ich bin einfach ein Haufen Scheiß. Ich weiß nicht, ob ich mir mal wieder ein neues Rad hole. Ey, Zimbus, guck mal. Einfach mal Woll für Meinos nehmen. Sich hinsetzen und schweigen. Bitte, Switch. Bitte gönnt Karma in seine Fresse. Alter, wo steht es denn? Martial. Martial ist es geworden. Alter, hängt der Zippel. Der Zippel hängt aber komplett. Ja, man sieht mal. Ich such mal hier dran. Wenn sie zu hängen, auf Martial. Ja, Alter. Oh, Martial 745k. Alter, hängt der Zippel. Wah. Und hat eine Preisrange bis 1,3 Millionen. Tja, aktuell habe ich Selbstbewusstsein. Ich sage es dir jetzt. Zimouski, du bist aktuell Terrier Nummer 1. Ich habe Selbstbewusstsein einfach. Sag was an, Zimouski. Ist er schon da? Nee. Zimouski, ich sage alles über 1 Million. Nimm mich mit. Ich sage dir ehrlich, wie viel Scheiße fresse ich denn aktuell? Nimm mich mit. Kann ich. Prattel mal rein, Hopp. Ich prattel rein mit der Nummero 5. 5? Wie kam die 5? Wollte eigentlich was anderes nehmen. Dachte aber einfach mal 5. Boah, das geht noch. Das geht noch. 769, das ist ungefähr der Preis. Ja, ja. Was war auf der 3? Äh, ich guck. 837. Ah, okay. Die 1 war ein Leckerschmecker 1,3 Millionen. Dann war die 7 1,3 Millionen. Und die, wie sind das dann? 10? 10 war 1,2. Mann, Digga, ich bin richtig sauer, weil ich bin einfach scheiße aktuell. Das ist wirklich froh. Ich bin zufrieden, Zimbo. Das ist gut. Nimm mal mit, Zimbo. Plus 1, ihr habt gewonnen. Ja, wir uns noch wollen. Wir wollten so kämpfen, Alter. Warum denn? Warum denn? Digga, ich hab nicht mal volle Chemie. Ja, wir doch auch nicht. Wir hatten doch Angst. Ich geh aber dann ins Rad. Ja, ich geh doch dran. Dreh an deinem scheiß Rad. Du hast ja letztes Mal gut gedreht. Gedreht aber. Ich weiß doch, wie es funktioniert. Oh, 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 oh. Digga, es ist am Switch vorbei auf Toti. Eike, mit. Oh, 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 oh. Alter, es ist grad so über den Switch. Das war das im Einzeit, wo ich mir gedacht hab, du drehst nicht auf den Switch. Es ist grad so drüber gesprungen. Gott, ich. Was mir gerade auffällt, ich hab mich, ich hab, kurze Frage, ich hab mich auf meinem Rat verschieben, auf welchem Feld ist ein Toti Icon mit? Ich hab zweimal Dev drauf. Auf dem Orangenen? Orange, okay, ja, ich mach mal kurz mithin. Alter Junge, ganz stark. Das war das Mindset nochmal am letzten... Ich hätt's denn gehabt, bei mir wär's stehen geblieben. Beim Dreher hab ich kurz gedacht, so fuck, da geh dir auf Switch und dann dachte ich so, nein, du drehst nicht auf Switch. Toti Icon wird der Feld, kann Ronaldinho Z-OM kommen, ja, ist cool, ist cool. Gibt's denn da noch so, Zanetti, Beckham, 4 Millionen, ist geil. Mich ins Loch. Mich ins Loch. Mich ins Loch. Come on. Mich ins Loch. Bist du drauf? Ja. Ganz ehrlich. Nee, warte mal. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Hat nicht funktioniert, ich hab Mittelfeld vergessen. Okay, 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 warte ganz kurz, bevor du... Kann ich. Bitte sag nichts. Ich hätte gern... Schießen raus. Die Nummer 4 für Quattro. Das ist gut, das tut mir, aber es ist gut. Es ist ein Wackelele für 900k, was nicht wenig ist. Wichtig. Was wären die 9 gewesen? Aber, Digga. Da hab ich erst so ein bisschen gewankt. Die 9? 4, 6... Das wäre ein Ronaldinho für 11,8 Millionen. Simao, Digga. Hab ein bisschen gewankt. Simao, also auch wirklich, das war taktisch sehr stark gebaut. Dankeschön. Taktisch wirklich sehr stark gebaut. Ist nämlich an, da geh ich doch zum Rad, oder? Ja, ich hab mich bedenkt, wie immer, ne. Also, Rad ist nicht mehr mein Zuständigkeitsgebiet. Das ist ein Rüdiger, mein Freund. Antonio Rüdiger. Links daneben ist ein Pille. Und daneben rechts ist ein Memphis Depay. Tony Rüdiger. Alter. Was ist denn der Preisrange? Das ist jetzt die Frage. Ich guck mal kurz für dich. Aber du bist, glaube ich, echt glimpfig. Du bist davon gekommen. Oh, oh. 2,9 Millionen. Ich nehm alles zurück. Ahhhh. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Ahhhh. 2,9 Millionen. Ich nehm alles zurück. Ahhhh. Simbo. Ich nehm alles zurück. Bist du schon drauf? Ja. Nimm die neun. Oh nein. Ich glaub das war einer. Ich glaub das war einer. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Achtzig. Ja, das ist trotzdem teuer. Eine Million glatt. Boah ey. Sehr gut rausgedreht. Bin komplett zufrieden. Sehr gut raus. Bin komplett zufrieden. Ich war aber echt. Ey Digga, das ist so bitter. Ich hab echt ein gutes Draft gehabt. Ich hatte drei Chemiepunkte gefehlt. Ich hatte 123 gehabt. Ich hatte ne 90er Bewertung. Pelé World Cup Icon. Vier Totis hatte ich drin. Aber mich haben die Außenfahrt heiliger ge... Digga, wo bleib ich denn die ganze Zeit? Da unten hängen an dem Siv-Maul. Sind wir da? Ja. Ich komm mit der Jungs. Wie hab ich gelernt? Einfach wieder vor. Hinsetzen und gut ist. Bei meinem Gefühl sind die... Oho, ihr erkennt schlecht. Es ist ein Cordoba. Wow. 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 Kordo. Kordo. Schmeißt den Kordo an die Wand. Kordo 1,1? 1,8? Ja. Wie hoch ist er denn? Der ist richtig hoch. Ist nicht der 2. oder 3. teuerste? Ist das schön. Kordo. 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 Geht bis 3 Millionen. Der Bray. Okay. Ich kann das nicht mehr. Bist du drauf? Ich... Ich kann das alles nicht mehr. Foot-Fantasy-Helm. Ja, okay. Aber man braucht noch kurz. Aber ich geb auch die Zeit, die er verbraucht. Da mach ich ihm gar keinen Druck. Aber ich weiß nicht, ob du mit der Angst hab. Ich glaub, unser Account ist wieder verflucht bei uns daheim. Weißt du? Heimspiel. Ich bin da heute. Walte deines Amtes. Fühlst du es, soll ich? Ganz drauf. Was war... Warte, kurze Zwischenfrage. Was war die maximale Price-Range? 3. 3 Millionen glatt? Ja. 5 Millionen! Und ich sag dir ganz trocken und entspannt. Die 6. 6. Weil Cordoba hat 6 mit dir. 6. Im Siffmaul. Im Siffmaul. 2. 3. 4. 5. Hm. Hm. Kann mir einer 2,9 Millionen leihen? Stark. Meister stark. Okay, ihr habt auf euch zu freuen. Ihr hattet richtig Pech. Auf der Seite waren nur welche für maximal 1,3 Millionen. Sorry, bro. Egal. Stoß es trotzdem ab. Aber 1,27 Millionen zu trotzdem. Da kann ich nicht als Gewinner rausgehen. 2. 3. 4. Das macht ihr auch wirklich. Dann geht ran. Hey, guck mal. Herzen muss Gerhard dran, ne? Ist geil, ne? Ist geil, ne? Wir machen den Switch aus der nächsten Entfernung an. Nein. Dreh ihn auf den Switch. Nein. Dreh ihn auf den Switch. Dreh ihn auf den Switch. Dreh ihn auf den Switch. Ah, stopp. Transferwacken. Wir müssen uns jetzt rumdrehen. Wir müssen ja blind sein. Wir dürfen jetzt sehen, wo er draufgeht. Gut, wir können ja einfach direkt schon eine Zahl sagen. Ja, stimmt. Stimmt. Ich würde blinden, das ist nur eine Spannung. Wir können es auch rumdrehen. Ja, das ist nur eine Spannung. Echt? Ja, okay. Haben wir denn jetzt 2 Masken? Ey, weil wir machen so. Einer muss sich das Ding hier vorne dran halten. Unser Hexagon. Die setzen wir hier. Okay. Wer sagt denn überhaupt? Wer ist ja besser? Einer muss ja entscheiden, wer er was sagt, oder? Komm, du hast gedreht. Ja, bitte. Okay, komm. Du machst die Maske. Ich mach mich komplett blind. Geh drauf. Du darfst aber keinen Mucks von dir geben, ne? Gar keiner. Ich sag auch gar nichts. Bro, Timo. Ja? Wenn ein Teufel ist, mach den. So wie bei Fengi damals. Ey Timo. Wer nimmst du? Warte kurz. Ach du Scheiße. Ich sag gar nichts. Sind wir da? Ja? Ja. Gar nicht? Ja. Acht. Das sah gar nicht gut aus. Boah. Kannst du die Maske hoch? Kannst du die Maske hoch? Ich glaub die Acht ist krank. Eins. Zwei. Drei. Oha. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich glaub die Neun war es. Nein, auch nicht. Nee. Aber Zimbo eins, zwei. Geil. Wir haben gesagt einfach jetzt bin überleben. Ja. Geil. Geil. Nimm's mit Humor. Mal lachen in so einer Situation. Wirklich. Also das Format ist ja wirklich noch beschissen. Ey, ich fühl's hier eigentlich noch gar nicht. Ey, ich fühl's hier eigentlich noch gar nicht. Ich fühl's hier eigentlich noch gar nicht. Ey, schreib's mal in die Kommentare. Einfach beschissenes Format. Wir sollten das immer aufnehmen, wenn wir zusammen sind. Ich fühle es komplett. Einfach ein beschissenes Format. Ich fühl's aber gerade wenn du so aufstehst. Ey, Broski, brauchst du noch schnell eine. Ich bin zippt. Brauchst du schon eine? Ich hab noch 115 und zwei extra Punkte. Boah. Oh Mann. Geh die Tüte zum Rad. Ich hätte nicht irgendwas über meine Münzen erzählen dürfen. Jetzt geht's ab ins Loch. Mit vollem Selbstbewusstsein. Ich geh drehen. Simon geht drehen. Simon übernimmt bei uns die Verantwortung, Broski. Bist du bereit, Simon? Mach einen Switch. Ja. Ab Switch vorbei. Auf Marcus Rashford. Alter. Marcus Rashford. Alter, ich hab so Angst gehabt. Da war eins am Switch. Das kostet ne Million, ne? Was kostet denn der gute Mann? Die Marcus. Ich habe meinen Maul nicht aufmacht. Eine Million. Der geht bis 1,5 Millionen. Eine Million. Aber du musst diesmal die Zahl sagen, weil da hab ich letztes Mal gejockt. Ich halt meinen Maul nicht aufgeben. Wenn du deinen Truff fertig gezockt hast. Ey Männer, wollen wir nicht die Aufnahme faken, so wie sonst? Heute mal nicht. Heute machen wir es mal ehrlich. Wenn wir wieder dran sind, können wir faken. Bist du drauf schon? Nee. Bist du drauf? Boah, kannst du mich rasieren. Ich sag dir ganz ehrlich, 3R7 ist Geldgeil. Ja. Ich stimme nicht, 7. Nein. Nein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Acht. Ich hab das gekriegt. 1,5. Boah, Timo. Zwei. 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 Wir haben eine neue Kombination gefunden. Raddreher und Discarder. So wichtig, zeig ich dir. So wichtig. 1,5 Millionen. Es ist der einzige für 1,5 auf der Seite. Einfach einer noch für 1,4. Zuuu. Ich sag dir ehrlich, Broski. Eigentlich hätte ich Mitleid. Aber irgendwo hast du jetzt auch mal so langsam verdient. Ich hab's 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 verdient. Letzte Zeit, bis du mal wieder auf den Switch kommst. Solange halt ich mich bedeckt auf jeden Fall. Ich geh da dran. Boah, aber das frühe Weglaufen ist ein bisschen zu viel, ne? Mach ich doch aber immer so. Boah, entspannt. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Quaradonna. Dieses frühe Weglaufen, die überhaupt kein Glück in letzter Zeit. Quaradonna hat eine Preisrange bis 1,5 Millionen. Aktueller Marktpreis 662.000. Was ist die Mauski? Ich geh mit einer breiten Postenlasche an das Projekt. Ich hab eben gedacht, du bist der Tyrann, ne? Gehen sie drauf, Herr Sauski? Bist du auf dem Transfermarktmeister? Ja. Sind sie drauf? Ganz ehrlich, ne? Ich fühl mich so breit wie drei Mann aktuell. Also mich die drei. Drei Mann, aber es kommt auch gut hin, die drei. Ja, so, ne? Ein bisschen, oder? Guck mal, ich bin fast so breit wie die... Die drei Mann, ja? Die drei nimmst du? Ja, ich hätte gerne die drei. Alter. Ist das der für 1,5? Ja. Alter, was ist denn... Jungs, was ist denn hier los, ey? Ich wachs hier gerade über mich hinaus. Fuck. Ein Quaradonna für 1,5 Millionen. Was haben wir denn für'n Bruch verpasst, Broski? Ganz ehrlich, ich sag's dir, wie es ist. Das war für die frechen Nachrichten, die du mir geschickt hast. Wo hier Stuttgart am Abkacken war am Ende. Das ist irgendwo auch die Rache. Boah, ich hab da keine Finger drin, ey. Ich hab mich bedeckt, ich hab mich bedeckt. Ey, wer stellt denn denn für 1,5 drauf, Bro? Wow. So lach ich grad. Sag dir ehrlich, das hasse ich bei Hellspin am meisten. Einfach dieses, sag ne Zahl, ja komm. Max-Price-Range. 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 Gut, du musst aber dazu sagen, meistens, wenn wir ne Zahl sagen. Also Disc-Karten sind wir echt scheiße. Eigentlich. Waren da viele 1,5er? Ja, leider ja. Aber vier Stück oder so. War gut. Oh, Mann. Footpin, wer kostet 1,5? Will nicht gebannt werden. 123 mit zwei extra Punkte. Also sind wir auf eine 125. Hätte ich auch gehabt. Aber ich hab drei Chemie-Punkte weniger. Boah, das war so schlecht aus am Anfang. Herzlichen Glückwunsch. So, und wir, und wir. Bitte dreh ihm ein. Ender. Dreh ihn! Zimbo, das war ein bisschen schnell, oder? Alter. Es ist so wichtig. Und es war unter der Region und oben. Aber. Es ist eins neben Erneuf, Digga. Es ist eins neben Erneuf. Historisch. Ja. Zimbo, ich bin so ordentlich. Das war schon mal wieder nah am Switch, ne? Das war schon mal nah am Switch, ne? Danke, Zimbo, dass du den Druck von meinen Schülern genommen hast. Ich musste aber auch schnell grad hier vorgehen. Danke, Zimbo. Ich musste einfach aufstehen. Direkt vor. Ich hab die Anspannung gemerkt. Ich hätte lange überlegt, hoch. Einfach drehen. Einfach drehen. Danke, Zimbo. Danke, Zimbo. Danke, Zimbo. Bis wohin geht denn der schöne Mann mit seinem Käppchen? Mit seiner Batschkapp? Uah! Mh, könnte schmecken. Bis 5,7 Millionen. Achte, kann ich auch so die Batschkapp? Warum setzt sie wieder? Ey, Bro. Kann ich dir ne Icon Cap geben, bitte? Bin ich da? Nee. Kann ich? Nee. Was ist die Nummer denn, Timo? Ich bin bei Hälften raus. Die 9. Fair, ne? Ja. Oh, fuck. Ich glaub, da hinten war ein ganz böse. Oh, ich glaub, da war ein ganz gemeiner. Zwei. Drei. Vier. Oha. Fünf. Sechs. Oha. Sieben. Spatschkäppschi. So. Oha. Ist auch nicht gut. Oha. Alles gut. Alles gut. Alles gut. 1,8 Millionen. Okay. Ist gut. Bisschen drüber. Aber auf der 10 saßen 5 glatt. Schön. Aber mir ist alles egal. Einfach weg. Einfach weg. Einfach hier die Folge abschließen. Weg. Ist okay. Ist wirklich okay. Das ist doch schön. Du kleines Vieh. Meine Muffe ist schon wieder kaputt. Ja. Ja. Ganz ehrlich. Ich mach's kurz und schmerzlos. Mit zwei extra Punkte. Und eine 126. Hopp. Geh ich ans Rad, oder? Soll mal aufstehen. Kakauski. Aber dann hattet ihr ja nur eine 91er Bewertung, oder? Ja. Wir haben ein bisschen geblufft. Ja, bitter. Weil ich hatte eine 92er und zwei extra Punkte. Aber ich bin nicht auf sich hin wie gekommen. Schad für das, ne? Ich geh ans Rad. Weil ich einfach dieser Makinios... Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das war so... Da war ich überheblich. Hätte ich einfach Femini bauen sollen. Boah, Zimbo hat's schon gedreht. Zimbo hat's schon gedreht. Ich bin dran! Ja! Ja! Yes! 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 1-2-3-2-1 meh! Oh fuck, ich hatte so Angst! Ist das da hängen geblieben! Oh Gott. Ist das da hängen geblieben? Oh Gott. Ist das da hängen geblieben? Das ist doch immer wieder schön dieses Heldspurt. Das ist geil, das ein Hammer auf mein Finger. Ich geh mal. Das war die Emotion, ne? Was ist das denn eigentlich? Ich war hier, er gab einen Ressus. Ja, der kostet jetzt 2 Millionen. Nur 2,3 und der Preis wenn ich bis 3,8. Ich hab mich schon informiert, ich hab mich schon informiert. Gut, gut, gut. Ich hab mich schon informiert, ihr Hube. Ich sagte, er ist gebrochen. Ich sag, ich fand es. Das war alles ein Hammer. Ich hatte so Angst, ne? Ey, ganz ehrlich. Weil TZ die Number One ist. TZ auf die Eins, Nummer die Eins. 2,3 Millionen. Ja, ist gut. Ich bin mit der Sex gegangen, Symbol. Was war die Sex gewesen? Was war die Sex gewesen? Oder bist du schon durch? Ich bin schon durch. Ist doch richtig. Ja, tut mir leid. Ich dachte, ja. Ey, hast du dir verdient? Ja. Bisschen überpayst, aber immer noch drüber. Ist okay. Ist gut. 2,3. Hauptsache verlieren, Symbol. Du bist da. Ich geh mit lieber ins Rad, aber ich weiß halt, was letzte Woche passiert ist. Ne, für das, dass du mich auch ein bisschen gehatet hast. So ein Ding war top. Ja. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Es ist eine neue Woche von Hellspin Discard. Sie sehen dieses wunderschöne Rad. Und Sie wissen, dieser Mann hat Angst, nun vollends zu versagen. Ich hab letztes Mal versagt. Versagt bitte noch mal. Was ist das? Switch. Nein, ist ein Brank. Es ist ein Brank. Nein, es ist ein Switch. Es ist ein Switch, Digga. Es ist bodenlos. Ich hasse dieses Format mittlerweile. Es geht so ein kleines Pizzstück an Benzimmer vorbei. Es ist ein Switch. Unser neues Rad kommt zum Einsatz. Dreh ich, ne? Ach, Bruder. Wofür bauch ich so ein geiles Draft? Ach, Bruder. Ja, mein Meister. Neues Rad. Und es ist ein Grießmann. Und es ist ein Grießmann. Neues Rad. Und es ist ein Grießmann. Und es ist ein Grießmann. Ich darf mich nicht beschweren. Und ich hab die letzten Wochen genug Glück mit dem scheiß Switchraten. Neues Rad gehabt. Aber ich möchte es einfach bitte. Mirkan schneit das auf 4 Minuten. Ich hab auf dieses Drecksformat gar keinen Bock mehr. Grießmann. Trotz. Wo ist der Schwanz? Boah. Gebt mir eine Zahl. Zwei. Ja, perfekt. Na, na, da weiß ich ja direkt was mich erwartet. Ist das geil. Ist es ein, ist es ein Bug oder ist es so? Sechs setzen und absetzen. Geh mal, Bruder. Es ist so zwei, vier, fünf, sechs. Ja, hättest du auch die sieben gar nicht nehmen können. Weil ich stoße hier eine Karte ab, die es aktuell nur sechsmal auf dem Markt gibt. Na, das fühlt sich ja gut an. 3,28 Millionen. Ich kaufe ihn ein und fühle mich wirklich überragend. Ich hätte gerade richtig, richtig Bock, meinen eigenen Urin zu gurgeln. Vielleicht soll ich das auch mal ein Rad zerstören. Ey, zweimal jetzt auf den Switch gekommen, das Ding. Was hast du denn von dir? Wir haben nur 120. Wie viele Bonus-Dinger habt ihr? Einer. Oh, ich hab zwei. Scheiße. Jaaa, Simo. Wichtig. Ich geh aber nicht auf die Kamera. Ne, ich mach das. Ich übernehme das Ding. War ich nur L-A-V-R-A-V gekriegt. Serie A ist so ein Bruch. Ich übernehme das Projekt, Timo. Ich hab da gar keine Angst. Da gar keine Angst. Da gar keine Angst. Gar keine Angst. Na, dass... Also ich finde, dass da jemand was nachsagt am Ende des Tages. Schau doch mal bitte kurz. Bruder. Warum? Ja. Drehen. Die Grenzen. Da steht ne Karte drauf. Alter, Mann. Sie nennt sich Ibrahimović. Ich hab einfach gerade Muskelzucken im Finger. Also seine Gesichter, wie viel ist das denn? Scheiße. Also, ernsthaftes. Da steht Ibrahimović. Der kostet, was ich hier vorne sehe, 3,3 Millionen. Verarsch mich. Da steht Ibrahimović drauf. Dann komm, lass bitte auf. Wer ist es? Ibrahimović. Also, es steht nicht Ibrahimović drauf, sondern es steht drauf Ibrahimović. Ich hab aktuell seltsam Wustern an dem Rad. Ach, fahr drauf. Scheiße, da hab ich echt schon Mitleid, ne? Was ist mit meiner Maus los? Deine geht gar nicht, gell? Mhm. Das tut mir aber auch gerade irgendwie zu bewegen. Das tut mir weh. Sag ich euch ehrlich, Jungs, Ibrahimović. Digga, ich bin drauf. Der fette B****er steht einmal auf dem Rad. Will er mich eigentlich verarschen, oder was? Der steht einmal auf dem Rad. Ich sag dir ehrlich, der hätte ich lieber den ersten Toti diskartet. Was ist denn das? Und ich hab einmal drauf gedreht. Das hat... Ach so, ach so! Ach so! Das gibt ein Buch vom Toti, ne? Ich sag mir nichts, ich hab mich wirklich bedenkt, weil ich hab... Ich hab da echt mit... Also... Das ist... Nimm die Nummer 2. Also, wenn du mit 3,3 Millionen Coins Discard gut wegkommst, dann weißt du, du wurdest in den Arsch ge... Alter. Heilige Mutter Maria. Hier standen welche drauf für 4 und... Digga, die, was ist denn das? 2, 4, 6, 7 hätte 5,4 Millionen gekostet. Digga, ich sag euch ehrlich, das ist der Heftigste bis jetzt. Ja... Oder war schon was Heftigeres? Das tut mir auch so ein bisschen, äh... Ein bisschen leid. Ich halt mich wirklich ein bisschen mit Deck-Pros gehen, weil... Aber 3,3 Millionen, das ist schon... Ich weiß jetzt vom Toti ist das hart. Es tut mir leid, aber... Ich sollte abliefern, Timon, und ich hab abgeliefert. Ja, da gibt's gar nichts, ne? Also... Ja, abgeliefert. Das Geistklang, aber das... Digga, ich habe meinen ganzen Verein ausgeplündert, ne? Also, ich hab wirklich keine einzige tradable Karte mehr im Verein. Bin auf 32 Millionen Münzen gerutscht, was ja ne schöne Sache ist. Und jetzt gehen einfach 10% gehen weg. Aber Bruder, da gehen einfach kurz 10% weg. Und wir alle... Und wir alle wissen, dass meine Münzen nach dem Toti auf Null sein werden. Weil ich werde 3,3... Ach, Digga, ich... Aber ich sag dir eins, die Mau... Die ganze Zeit hieß es, Tisi, lächerlich, 15 Millionen. Jetzt hab ich halt gearbeitet, dass wir da näher ranrücken können. Dass wir näher ranrücken können. Geil, geil. Fuck, Alter, das tut weh. Das tut wirklich weh. 124. Ich auch. Wie viele Shapeshifter hast du drin? Null. Wie viel? Null. Zwei Stück. Ja! Digga, ich hatte nicht mehr eins zur Auswahl. Martial und Ethos sind gekommen, Junge. Ganz wichtig. Ich muss jetzt mal sagen, ich muss ans Rad. Weil dieses wunderschöne Rad ersetzt quasi die Mau direkt neben mir. Und ich würde sagen, es gibt ja einfach auch ein Doppelfeld. Ne, guck mal hier. Lila, Blau, Dembele. Das ist schon eine Nummer, ne? Ich dreh, Cousin, okay? Bist du bereit? Let's go, Cousin. Für deinen Herzschmerz. Bist du bereit? Oh, nein. Oh, nein. Bei meinem Glück bestellen die Switch. Oh Gott. Zimbo, es steht eins vorm Switch. Oh. Es ist Garinja. Ja. Ich hab keine Ruhe auf dieses Format. Es ist Garinja. Ich hab keine Zahle ab, Alter. Also was soll ich denn, also jetzt mal aktuell, was soll ich denn, in dem Draft war halt wirklich nicht mehr zu holen. Was soll ich tun? Und warum geh ich aus jeder Aufnahme mit 5 Millionen Münzen Verlust raus? Aktuell läuft bei dir wirklich nicht so gut, hab ich mir sagen lassen, ne? Egal, das sind... Ganz knapp. Ich hab da 18 Millionen stehen, die sich hier gleich definitiv... Ja, ja. Im Idealfall kommt der hier. Und das war's dann. Das ist... Das, was ich hab. Das ist mein Winterspeck noch. Ja, sag an. Die 8. Komm. Nimm die 8. Cousin. Boah, ich glaub, der ist es sogar. Ich glaub, der ist es sogar. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ne, ist es nicht. Die 10 hätte 11 Millionen gekostet. Was? Ja. Wie viel ist es? 3,7. Ich geh mal der SBC machen. Wir haben einer. Richtig, aber ich dreh, du musst drehen, Digga. Du hast gut gedreht. Du bist mal wieder derjenige, der mal für Tizi Schuwech vorangehen muss. Ach nein, jawohl. Du bist es. Boah. Du bist es! Das Rad ist ja ganz eklar, fällt mir gerade auf. Ah! Bitte. Will ich das? Mach mal einen Switch. Ja! Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Erich! Kastona! Eins! Erich! 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 Kantona! Kantona? Ja. Ja? Digga, eins vorm Switch. Schwer. Schwer. Du bist es doch, Junge! Schöne Team da stehen. Das koste. Das war eine Teamleistung! Das war eine Teamleistung! Mal bitte! Diese Einzelarbeit, die hat uns nicht weitergebracht. Ähm, Leute, das ist schwer. Was kostet der? Hoffentlich 15 Millionen. Ach, Digga. Ohhhh! Ohhhh! Dieses Mühe davor, weißt du? Diese Gemeinschaft. Willst du drauf? Aha. Sollen wir die 8 nehmen? 8 sagst du? Nimm die 8. Du hast 8, komm rein da. 1... 2... 3... 4... 5... 5... 6... 7... Was kostet der überhaupt? 3... 4... 5... 6... 7... 8... Ja, also... Ne, kannst du den nicht schön saufen. Also die 7 hätte 7,8 Millionen gekostet. Da hätt's mich zu Peter Zwegert geschickt. Ähm, die 8 kostet 4,5 Millionen. Das Problem ist, schickt mich auch zu Peter Zwegert. Ach du Scheiße. Digga, das ist ja ein Fullbruch. Vor Urlaub. Vor Urlaub ist ein Fullbruch. Sag ich dir wie süß. Digga, ich will von dem Spiel jetzt einfach 10 Tage nichts hören, Digga. Ich muss mir irgendwo 800k aus dem Arsch ziehen. Das Schöne ist, er kann jetzt einfach in den Urlaub gehen, mal abschalten, weißt du? Wir letzte Woche noch bei unserem Discord hatten noch ganz viele Aufnahmen davor. Er kann abschalten jetzt. Ja, Freunde der Sonne, ich hab meine Münzen hier ranbekommen. Ähm, ja ne, wird ein geiler Freitags-Stream hier. Ich hab den schon im Verein, ne. Der ist in meinem Aktion Weekendick Team. Ich tausche einmal ganz kurz, nicht wundern. Wir haben keine genaue Regel definiert. Nein, das ist klar. Eiken ist Eiken. Nein, keine genaue Regel definiert. Ich sag, wir entscheiden uns über das nächste Pack. Ist ein faires Angebot. Aber eigentlich ist Eiken. Nein, wir müssen fairer Sport machen. Wir müssen die Eiken immer ehren. Die Eiken ist das Höchste. Eiken ist eine Eiken. Ja, muss man einigen uns darauf. Eiken, let's go. Ja, muss man wirklich sagen. Geh ins Rad. Also, da hilft jetzt nichts hier rum zu jammern. Ich versuch's nicht reinzuholen. Warum bist du so mit mir? Hä, ich wollte dir zu helfen. Achso, du willst mir helfen? Ja. Achso. Eigentlich, ne, doch nicht. Du wolltest ein Fitness mit mir machen. Warum hast du ein Fitness mit mir? Ich mach das. Okay, alle nach hinten. Alle nach hinten. Wir müssen uns ein bisschen anschrägen. Dass es nicht so spiegelt. Dass es nicht so spiegelt. Ja. Nimmst du mit dir die Finger weg? Ich... Oh, ich... Robert, ich brauch dich. Gehst du bitte weg? Wenn MRP kommt, dann... Bitte weg. Ich mach das. Ich hoffe. Wie viel gibt... Wie viel MRP gibt's? Drei, ne? Da kommt Ubore. Ich hoffe so sehr, ne? Mach keinen Switch, Bro. Wo ist der denn? Alles ist egal, aber kein Switch. Kein Switch. Kein Switch. Mach einen Schönen-Jump. Das ist der Dreher. Ja! Du hast es EINJUMPT! Du geile Sau! Du hast es EINJUMPT! Geile Sau, Robert! Warum machst du FITNOR mit mir? Team Tizi! Das ist zu viel! Robert, komm, train! Train das nächste Mal! Aber kein Twitch-Hit! Könnt ihr wenigstens den Bogen gewinnen? Den Reden im Bogen gewinnen? Oh, Bro! Wenn du jetzt auf Mbappé drehst, haben wir ein richtiges Problem! Dreh mit Schwung! Ey, Bruder! Ist zu viel! Ich fang wieder bei Mbappé an, dass ich nicht sagen kann, dass ich irgendwie was gezwungen habe. Ja, aber dreh mal richtig! Ich fang wieder für mich! Vorwärts? Ich hasse Bayern 04, liebe dich. Ihr seid so verdient gegen den Morgen rausgeflogen. Was passiert hier? Was passiert hier? Was passiert hier? Ist das dein scheiß Ernst da hinten? Das ist der Dank für zweimal Browsing. Das kannst du gar nicht erzählen. Das kannst du wirklich gar nicht erzählen. Das kannst du wirklich gar nicht erzählen. Das kannst du wirklich gar nicht erzählen. Wirklich? Ich sag ehrlich, Robert, sag eine Zahl für vornherein. Ach, ich? Ich auch noch, oder was? Ja, du hast doch verkackt. Ich f*** ihn und so einen solchen. Du hast doch verkackt. Sag jetzt eine Zahl. Sorry, dass ich hier gerade lach, aber was ist? Ich habe mich so bedeckt. Sag eine Zahl. Sag eine Zahl, Robert. Ich guck nicht mal hin. Sag! Vier. 12,4 Millionen. Ey, würdet ihr mir wenigstens erlauben? Ne, ich kann nicht auf den Deckel schreiben, dass ich hells bin. Ich geh da mal anschaffen. Digga, was passiert hier denn? Digga, du weißt schon, dass es so zusammengerechnet 10.000 Euro sind. Ne, jetzt ernsthaft, wie ist denn die Preisliste von den? 12 Millionen. Also normal. Du hast den gerade richtig. Nein, also normal. Du hast doch die Millionen. Nein, also normal. Du hast den gemacht. Warum bin ich hierher gekommen überhaupt, Alter? Ich bin immer geistig so rauf. Nein, überhaupt nicht, Alter. Ich kenne den Typen wie dich. Ey, ihr f***er, Alter. Ihr seid ungerecht und sind es 10.000 Euro, Alter. Ihr macht mir richtig schlechtes Gewissen, Alter. Das sind dein Schiebe in Schola maximal. Dicheling aus. Matthias, Schiaan was Philipp Schwiegellich. Obwohl Stine wusste. Hat das Left terra. Ah, genau die Leute das nach, die Leute入elt wurde.